Und heute machen wir zehn Arten von Missgeburten. Ja, wir hoffen, dass es euch gefällt und traut drei Leute. Tschüss. Der, der immer einen Laubhaufen springt. Oh mein Gott, wie geil! Der sterbende Fisch. Ei. Die Buschkinder. Wo sind die Digger? Nein! Digger, wir sind hier. Digger, wir sind hier. Moin, Moin. Hier ist unser Haus. Ja. Da ist unser Fenster auf der anderen Seite und da ist unser Baumhaus. Digger, da kommen wir nicht hoch. Wir haben keine Leiter. Okay. Aber warte. Die kleinen Kinder im Sandkasten. Drei. Ich habe voll die Szene, die Szene Burg, Thomas. Guck mal. Hatt die Fisch, das ist schmalt. Warum meinst du da? Hatt das ist schmalt. Was ist meinst? Ich mach meine Leiter kaputt. Was ist meinst? Die, die immer auf Vögel tun. Drei. Ich fliege. Ich fliege. Ich fliege. Ich fliege. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin ein Kilometer hoch. Ich bin zwei Millionen Türen, aber ich fühle dich immer noch. Ja. Ich bin fast am Ende. Warte, ich muss noch ein bisschen hoch. Warte, ich bin schon da. Ich muss die Flasche noch passen. Warte, wenn ich runtergucke, dann... Das geht doch gar nicht. Wie cool. Ah. Ich bin auch auf dem Markt. Ich bin der Einzige. Ja. Die Kinder, die immer wippen. Drei. Nippie, das macht mir Spaß. Kommt erst mal Fußball spielen. Ihr wippt schon zwei Stunden. Wirt mal auf damit. Nein. Das macht mir Spaß. Ja, Fußball ist scheiße. Da muss man ja nur so einen kleinen, runden Ball schießen. Das ist ja nichts anderes. Aber hier ist das Spiel. Als ob du in der Luft bist. Guck mal hier. Oh mein Geil. Der, der immer im Müll Pfandflaschen sucht. Ich muss Zigaretten kaufen, Alter. Da sind die Behinderung. Was machen die, Alter? Da ist auch keine Pfandflasche. So eine Pfandflasche, Alter. Wird sie da in der Witzung? Da sind Pampers und sowas drin, Alter. Geht sie gut oder voll schützt sich aus? Geht mein Leben, Alter. Ich gehe jetzt. Diese Mülltonne ist die letzte des Erden, Alter. Sonst habe ich gar keine mehr hier. Ne? Bitte gar keine. Keine Ahnung, bisschen. Nur Pringles. Ja. Ja, nur Pringles, Alter. Okay. Missgeburtengespräch 3. Letztens habe ich eine Missgeburt gesehen, ne? Ja, hier sind von vielen Missgeburten. Hey, wir sind doch auch Missgeburten. Ja. Aber trotzdem. Sind die ihr scheiße, ne? Ja, ist richtig, Alter. Wir sind die Doten Missgeburten. Wir laufen mit Stopp. Genau. Guck mal. Oder ich mache das zu Rauch. Ich auch. Aber egal. Egal. Die, die immer auf Parkourer tun. Nein. Das ist voll langweil. Wir können Parkourer machen. Ja, Leute. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, ein Like nach oben. Und schreibt in die Kommentare, was wir noch machen können. Also eure Ideen, was für Artenvideos. Und ja. Tschüss.